Liebe verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Werber, trotz des Fachkräftemangels wird heutzutage an vielen Stellen immer noch rationalisiert, aber wie ich persönlich finde, oft auch an den falschen Stellen. Hier, da hinten, hallo, ja genau, nicht wahr nicht. Dabei fehlen an allen Ecken und Enden gute Leute, die durch Leute ersetzt werden, die in den Reihen sitzen und diese zu füllen und an den richtigen Stellen zu klatschen. Jetzt wäre die richtige Stelle. Danke dafür. Auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass die Zuwanderung die Heimat immer wieder mit Fachkräften, ja mit besonderen Menschen auffüllt, genauso wie ich es auch Anfang Februar wieder gesehen habe. Und bevor wir jetzt alle zusammen in die Sauna gehen, begrüßen wir noch unsere neuen, großartigen Mitarbeiter Michelle und Fredrik.